Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Achievement Guard Video präsentieren. Und zwar geht es heute um zwei Erfolge und zwar im PvP Bereich. Und das wären einmal hier Einsatz in Nassiatar und Einsatz in Mechagon. Das haben wir jetzt gleich relativ schnell abgehandelt. Ich habe das jetzt in den ersten zwei, drei Tagen einmal fertig abgeschlossen. Und im Endeffekt sind die beide relativ simpel. Und man muss, wie bei alten Achievements auch schon, 1000 Ehre in den beiden Zonen erwirtschaften. Es gibt hier einen kleinen Tipp bzw. Trick, den ihr anwenden könnt, um das hier wesentlich schneller zu erwirtschaften. Und zwar gibt es Leute, die hier so ein Bounty haben bzw. ein Kopfgeld auf Deutsch und die sind 100 Ehre wert. In den alten Erfolgen haben diese 100 Ehre nicht in das Achievement gezählt. Also in Vuldoomin, Nazmir, in Stummsang, Dingster, Boomster. Also sprich, da hat das nicht dazu gezählt. Blizzard hat das irgendwie geändert. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Leute gejagt, die dieses Kopfgeld drauf haben. Sobald man diese Leute tötet, droppen die einen Sack. Die ersten fünf Spieler können diesen Sack looten. Und die Ehre wird nicht angezeigt, dass ihr 100 Ehre bekommt. Aber ihr bekommt dementsprechend das für das Achievement angerechnet. Ich habe jetzt in Mechagon einfach ein paar Leute umgehauen, die ein Bounty drauf hatten. Und zack, das Achievement war fertig. Heißt, es ist dann nicht mehr ein Aufwand von mehreren Stunden, sondern nur noch, wenn man Bounties findet und die tot bekommt, ein Aufwand von ein paar Minuten und kriegt diese Achievements fertig. Heißt, geht wesentlich zügiger als bei den alten. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie es bei den alten Achievements auch geändert. Da könnt ihr mal gucken, falls dem einen oder anderen das noch fehlt. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich wollte es bloß diesen kleinen Tipp mit euch teilen, bevor ihr hier fünf Stunden lang irgendwelche Gegner umschnetzelt und dann ewig an dem Achievement dran seid. Da kann man es so ein bisschen schneller machen. Gut, das war es. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.